Musik 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 Ok, das war ne schlechte Ansage Willkommen zur Runde WP2 Ich werde diese Runde wahrscheinlich verlieren Fick dich Steve Bin ich, aber egal Achso, na hat dein Ton durch Steve Ich hab nicht selber Lautsprecher gehört Ja Fick dich Javier an Dass du das Ding gewinnst Du mit die 18 Ja, aber du hast auch nen Fassiermus gemacht Ach Steve Ja, ich mach preis fest Er lebt noch, ach ich gegen Hitman Scheiß, ich glaub 24 hast ne Röder WP Geh runter, geh runter Ich glaub der jetzt war alles Das ist die Schau I don't know Hast er wohl da wieder einfach Ja man, wir haben schon ein Penny gekauft 55 Cent Ja, arme Fucker Das war widerlich, Alter Alkohle, Schau geht nicht mal runter Ja Normal, ne? Er tritt jetzt die Apfelschaule Oh an den Kopf Alkohle wie es aussieht Kommt sie nämlich aussieht wie ein Bier Wohin auf über Apfelschaule zu reden Lift Apfelschaule Auf und den Kopf Auf und den Kopf Ich hab nur noch so billig zu machen Irgendwann hab ich dann mit Macker gegeben Ja, mir durch die ganzen Wände Gefällt dir doch Ja 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 Lol Ja, ich hab die Scheibe kaputt gemacht Seht's noch? Ich ja Achso, du hast Hitman gemessen Hitman nicht in euren Tisch? Vorsicht mit dir achten Alter, was war denn das für die Stimme? Nein! Ich hab dir über die Headshots gegeben Du hast mich nicht einmal getroffen Ja, das ist es ja Der war übrigens, komm mal Ja, zum ersten Mal ist jemand blau in meinem Team Ja, der ist blau Wo ist der blau? Der ist blau Der ist blau Der wird mit blauen Namen gezeigt Ja, bei mir nicht Keine Ahnung Hä? Der ist mit dem, mit dem blauen Ast Nein, ich hab mich grad umgedreht in der Luft, ne? Der hat nicht mal getroffen mit seinem Wetter Doch Oh, Joke Hebele wird in blauen angezeigt Warum haben wir in hebele blauen angezeigt? Ich hab eins, drei Jetzt kann ich ab angehen Doch, Stich Spiel weiter so Ja, jetzt wird geraped Nein Nein, mach weiter so Schon gut so Mir zog ich dich skrack Ja, die Tubes Ja, das ist schon wie Farmers her Oder wird's? Ja, das hatte ich ja gerade Und hab verkackt Oh, ist hebele blau Bei uns nicht Nein Vielleicht weil ich ihn eingeladen hab Und der darauf reingeworben ist Der einer mehr Spielweitschritte Stop Äh Alter Wer ist dieser Atlas? Äh, jemand in der Skype-50 Du kannst nichts Du kannst nichts Nichts kannst du Außer Rushen und Oh Gott Oh Gott Ja Das heißt, du kannst weniger als nichts Du kannst gar nichts Du kannst gar nichts Hast du verdient Ja Nur weil du nichts kannst Sorry Boah, vielleicht schon dein nächstes Battle Ich mach dich wirklich Nein Diese Fotzenkopf, Alter Was war schon? Das wäre gut in Zandex gewesen Ich mach meine Zandex dagegen klatschen, ey Alter Was macht Joker? Nimm da das Virus Oh mein Gott Tja Tja Ging aber Klasse Boah, sieht man den Skill Klasse wieder rausgehauen Ich hab ihn nicht mehr gesehen Ich hab ihn nur so gesprayt Gib ihn mal auf Wirklich Ich hab ihn nur so geschossen 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 Oha Ne, ne, ne Oha Ne, ne, ne Die Musik ist wahrscheinlich nicht hingefallen Aber das ist so schlössig geworden Ich bin damit ganz Ah, was ist da Warum so schnell, du Ruhn? Das ist nicht mehr Alter Ganz im Ernst Der hat kein Marathon Kein Leichtgewicht Und ist trotzdem so schnell Schneller als ich mit Marathon Leichtgewicht Geht nicht Geht nicht Nein, 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 nein Los, einer gegen vier Du schaffst das Ich glaub an dich Ja Besonders weil du ohne den Linder spielst Du musst es schaffen Mit Blinder aufsuchen und zerstören Das ist eh das beste was es gibt Noch nicht einmal geschossen Das ist echt krach Das muss man nicht sehen Das muss man nicht sehen Ja mal die Augen auf Du siehst die Claymore noch durch die Wände, ne Aber du läufst trotzdem rein Ja Ich bin mit Lagebricht Sieh die Claymore durch die Wände und läuft trotzdem rein Ne ohne Ja Der Acht nicht kommt Schau 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 Benutzt du das Perk dann? Aufbrach Ja Keine Höhre an Mit Nein Fabian Komm schon Spiel doch normal Ne, Cap müssen nicht normal spielen! Schnuss! Natürlich! Wir haben geflasht bei A! A? Ja, bei A! Das war ein Team-Mate! Ich will E.P. an oder was? Die Blicke zurück! Ja, du kannst das Team aufschaden machen! Ich glaube... Die Russen ist so richtig gestorben! Ich muss da kurz einen Cut machen, ich muss nur den Musikleiser machen! So, wieder da! Nichts passiert! Doch! Er hat ihn gekillt! Reicht er perfekt richtig, aber das letzte war ziemlich hart, weil ich wieder reingeswitcht bin! Es geht's wieder! Manchmal frage ich mich, was Joker da macht! Oh, Joker, Alter! Manchmal frage ich mich wirklich, was er da macht! Zwar 8-4, aber manchmal ist er voll behindert! Ja! Ist klar! Ich bin tot! Ich bin so schön, ich bin tot! Ich bin tot! Also du weißt schon, dass du mit den Waffen auf Hau... 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 Den Waffen auf Halb-Automatik-Style schießen kannst? Ja? Du musst nicht mit der UMP auf dieses Transformant... Ähm... Scheiße! Mmh! Voll automatisch! So mein ich das. Der kommt ohne... Oh Alter, 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 Alter Nice, nice Ich bin geslided Ich bin geslided In den Tod Ich hab keine Klasse mit der spielen will Das hab ich Ey, mit Zeit wird so langsam ausgelutscht Nee Ja, du ein P-Spiel ist scheiße, oh Was war das denn bitte? Du Teufel Ey, das war ein Fail Kann ich mir auch nur mit Auge spielen Ja Ich bin genau so ein Schuss von denen abbiegen Oh ja Oh, das war geil, hat man von FBS zu zocken Ja Ah, das war ein Spiel Und sagst du mal, nein, ich kann Rookie-Fall spielen Einer hinten Ich weiß, ich weiß Scheiße, ich hab meine Vorabschiedsführung Ich hab schon Drohne Äh, ich glaub die Planten war A Sicher? Ja Warte Ja 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 Ich rieße es um Einmal im Kreis gelaufen Wer hat Tripple gemacht? Hab ich Tripple gemacht? Ja Echt? Deine Mutter hast du getrippelt Alter, die streng ich mal an, 4-5 Ja, komm ich Muss erst mal einstehen Außerdem sind sich hier bei mir nicht an Schreibtisch Ich hab auch gar nicht aufgefallen, dass ich 3-0 gemacht hab Bei 3-Kills-Rust Gib mir Stubes, die mir ne Probleme damit hast Dann gib mir die Stube Na bei mir an dem großen Flücht Ja Ich hab mich nicht hingelegt Der kippt mich trotzdem im Headshot Gib mir, du wirst gehen Alter Ich bin dafür, als wäre ich noch etwas abgraben Und dann nicht ein Bankett reinzuschieben Boah, ich hab immer auf Privatleben zu gehen, wir sind zu sehr der Fall Und warum wirfst du nur mit dem Flash außerhalb der Map Ja, ich wollt eigentlich Daneben werfen, ja Daneben werfen Daneben werfen, ja So ein Genies, der schickt Daneben Daneben ist bei dir ein bisschen leckt Daneben 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 Ja Ich hab's aufm Kran ganz oben drauf Ja, das ist ein Sos T.T. will ja nicht, weil er nicht ein Skyfrau drin ist Und mit dem Schreib kannst du auch nicht, weil du tot bist Der ist doch da oben drauf, der Idiot, oh mein Gott, der ist, wie auch immer der Häuschen ist, ja. Ich hab's gesehen aus der Kamera. Machst du doch auf dem Häuschen drauf, Steve? Ja. Guck mal, so ein Idiot. Ey, es wäre so lustig, hätte er erst das Gefühl. Ich dachte eigentlich Steve hat durch den Boden geschossen jetzt, aber... Oh mein Gott, ich lass den Boden, dann kill den, sieh, kill den. Hm. Nee, ich will nicht. Sorry. Ja. Will ihr mich verarschen? Alter, hab ich grad... Der Schluck so... Ich dachte, die M16 ist gut. Kannst du nicht zocken? Nein. Ich hab dem bestimmt 7, 8 mal getrocknet, der Warte. Stimmt einfach nicht. Alter, ich hab's mal eben in den Arsch. Aber hier wird es richtig schwul, immer in den Arsch. Nimm auf den... Ja. Sorry, Frau Wollte, ich hab's nicht verstanden. Suchet und zerstört. Sorry, Fabian Wollte, das hat sogar gut gemacht. Das zieht verleidige Wollte. Aua. Achtung, feindliche Vorräte. Aua. Zum Glück, Alter. Aua, zum Glück, Alter. Aua, zum Glück, Alter. Aua, zum Glück, Alter. Alter, nice. Hast du gesehen, Steve? Hm. Aua. Aua. Jawohl. Wir sind zu zweiter. Wir sind als Grad zu... Ja, immer machst du... Der eine ist doch oben, der andere ist richtig. Ich bin immer rechts, wo es so nötig ist. LOL. Na, Steve, bist du geflasht? Nochmal geflasht? Gar nicht, ne? Aua. Jetzt bist du geflasht. Jetzt bin ich aber auch geflasht. Was soll das, Steve? Dann bin ich nicht so nett von dir. Nein, nein, nein. Nein. Was geil ist, ich weiß, dass du geflasht bist, weil ich höre, das ist ja dieses... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiick durch den Laut sprechen. Alter ist der ist gesund. Alter, der ist schon behindert. Warum? Hat er mich gesehen? Ja, ja. Der guckt sich so überall an. Guckt sich so an, so. Lo foreigners. feel good. Munition sparen. Das kann nicht sein. Ich schieße da die ganze Zeit durch, ne? So, ja, gut, dass man mich nicht sieht, aber ey, trotzdem nicht, okay, okay, merke ich mir! Joker! Hat dich getroffen, glaube ich, ne? Ja, Premium! Die war super geworfen. Gute, ne? Gute Flash. Boah. Ah, die Clay ist aufgeschickt, gezielt. Oh, okay. Ich krieg dir mal einen anderen zu. Er lebt ja nur auf Virus, und Virus ist tot. Jetzt. Oh, episches Danebenmesser. Also. Die beide einfach einen Husky in die Wand haben. Beide haben ihn in die Wand gemessen. Sech, sechs war wenigstens ausgeglichen. Mal komm, mach mal aus. Mal komm, mach mal aus. Mal komm, mach mal aus. Mal komm, mach mal durch. Boah. Schon jemand aus dem Maul bekommen? Ja. Genau. In der Fall, wenn das nur Mühe einmal, da kann man durchschießen. Na. Alter. Nein! Stirb doch! Oh! Oh, hab ich mich grad erschrocken, ey. Hoffentlich sieht man das nochmal in der Killcam. Guck mal. Lalalalalala. Hö. Hö! Hö. Hö. Jetzt hab ich da auch ge- Von mir eine Verbindung unterbrochen. Jerry? Immer noch? Steve? Bombe Erlack. Ok, jetzt ist Internet von Steve und Fabian. Sveng, Steve und Fabian, weil die nebeneinander sitzen. Man kann auchisieren. Ach so! Ja und Skype gehen die natürlich weg, ne, aber so könnt ihr noch zocken. Ich rufe die mal Skype nochmal an, kurzer Katz. So, okay, dann halt ohne die anderen. Nee, die kann nicht schmiert bei den... Skype. Skype schmiert ab, aber wir müssen nicht. Okay. Nein, nicht. Untermies. Was? Untermies. Was? 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 De-fusion! Du steckst doch nach dem Schய島. partly Nein, nur den! Okay, das mache ich. Ja, okay, UGP. Ja, okay, warte mal ganz kurz. So, wieder da mit Ruckeln. Ruckel, ruckel. Ja, flüssig. Lüfter. Ruckel, ruckel, ruckel. Du kannst dich auch wieder fangen. Dankeschön. Du hast einfach aus Fabians Internet gekickt. Ach, du bist gleich Fabian? Ja, auch der Bruder aus Männer. Ich konnte weiterspielen, er nicht. Ich dachte, Fabian, bis es lief. Nee, 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 aber mir. Sonst wäre er auch ganz klar. Ich habe ein neues Start. Hast du dich nicht gesehen? Du hast ja gerade die Krabbe aufgelaufen. Okay, dann war es nicht. Gut. Woa. Woa. Wo ist der? Ui, er hat fast einen Backflip gemacht. Na gut. Nee, dann machst du nichts mit der Model. Guck mal, da macht er fast einen Backflip. Hoffentlich sieht man das in der Kick-In auch. Nein. Da war es ein halber Frontflip. Guck mal, der Kick-In war es fast ein Backflip. Was? Ich denke, ich war halt null. Bunt, ey. Nee, ist nicht genug. Ich habe das Play. Weck meine Eier. Eier kommt gerade zu. Hier soll mal etwas wecken, was nicht vorhanden ist. Och nö, immer da am Camp. Das ist die, schön der eine ist auf die Camp. Ach, nein. Gebe, nein. Ich weiß nicht. Wie ich keinen gesehen habe. Oh. Ich hab' nicht. Oh, ich hab' nicht. Oh, ich hab' nicht. Oh, ich hab' nicht. Oh. 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 Jetzt ein K. Genau. Er tut es. 3,9. 3,9 ist scheiße. Das ist nur USB, ganzes Magazin. Ach, scheiße, auf Messer. Ja. Mit Conan, Alter. Und zwar, da waren noch zwei Headshots dabei oder so. Hier steht da Conan mit der USB-Taktik-Messer, ne? Bam, 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 bam. Nix passiert, ne? Ja. Oh, dein Messer hast ihn einfach. Nix. Nein, 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 nein. Fabian, das ist genau so'n dummes Prinzip, was viele Leute bei Tifa benutzen. Die ganze Zeit sagen, jetzt mach' ich ein Tor, jetzt mach' ich ein Tor und irgendwann klappt das dann, ne? Was weiß ich? Jetzt kommt die Premium und sein Dix, jetzt kommt die Premium und sein Dix, jetzt kommt die Premium und sein Dix. Jetzt kommt die Premium. Irgendwann muss der funktionieren. So darf man darauf auf den Stolz sein. Oh, nein. Ah, ist die, ich kämpfe mich. Da hat er doch nicht. Da kam' Flash irgendwann, ich hab' da einen gekillt, ich hab' keinen Schalterpass. Und wie der erst mal so nach oben geht, so. Mit schnellem Hedgehog gebe. Das Ziel zerstört. Das Ziel zerstört. Das hat sogar die Welle gemacht, ey. Was ist denn bei der Dance muss los sein? Das hat die Welle gemacht, ey. Ach so, schreie mich bevor der Tür. Ich gehe damit nicht wohl. Alter. Das geht aber nicht cool. Eine Mal unter dem Helik. Fabian, ey, ey, es war scheiße. Fabian, ey, 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 ist mal scheiße. Ähm, ja, ist dann für mich drin aus, als auf ne Kistener. Oh, fuck. Zerrechen! Wo ist er hin? Ah, der haut sich! Nein! Ach, der ist tot? Aua, Mann! Du und Sohn, ich war gerade beschäftigt. Wir waren da wixen. In der Tat. Soll ich ihn wieder mal töten? Geh weg, ey! Geh weg, ey! Geh weg! Wer nicht schießt! Der Jokers macht mir so'n Huren-Affen. Der ersten Affen-Genital-Herb ist lecker. Das gehört, Leute. Das ist auch. Boah, die Funken, die in die Fresse fliegen, ey. Der Junge hätte dafür sterben müssen. Er hat doch ne Schweißermaske auch, ey. Ja, ganz bestimmt. Kein Trick so sehen. Wer mich jetzt auch immer blockt, der wird gemessert. Der wird gemessert. Kriegt so'n Schweißer, äh... Hier. So'n Schweißer-Helb immer damit, dann nicht angewichst wird. Ja. Von dir, wa? Den ist Bennison, weißt du? Was war das denn jetzt, Joker? Hast du dein Kommando rausgeholt, oder warum war es auf einmal in meiner Fresse? Ach du Scheiße. Der ist oben wieder am Hebel. Nein! Du scheiß Hebele-Fotzen! Er lebt noch. Fabian, der muss jetzt schön werden, oder was? Hebele, er schießt einfach schon nach oben, obwohl ich da nicht da war. Er schießt einfach schon. Ja. Hallo Fabian, tot? Ja. Nein. Du Idiot, ey. Hallo Fabian, tot. Junge, das war voll der kugelsichere Helm. Ja, natürlich. Macht nix, Alter, wenn die Technik versagt hier. Ja, definitiv, Technik ist technisches Versagen. Ja, der Helm, Junge. Mach mal Pavela mal jetzt. Technisches Abwehrmechanismus. Gut, Pavela, aber das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.